Um am iPad optimal und vor allem ergonomisch zeichnen zu können, benötigt es in der Regel eine spezielle neigungsverstellbare Halterung bzw. einen Ständer. Welcher dabei der beste für deinen Arbeitsplatz als Zeichner ist, das erfährst du im Video. Also bleib dran! Hi, ich bin Sandra, The Coaching Artist und Gründerin der S Art School und ich habe mehrere iPad Halterungen bzw. Ständer für dich auf Herz und Nieren getestet, welche ich dir einmal in diesem Video vorstellen möchte. Denn eines vorweg, wenn du lediglich so stark übergebeugt über deinem Schreibtisch arbeitest, ja, wenn dein iPad lediglich flach aufgelegt ist, dann entstehen dir nämlich gleich mehrere große Nachteile. Erstens, diese Arbeitsweise ist absolut unergonomisch. Sprich, du gefährdest auf lange Sicht deine Gesundheit, allen voran deinen Rücken, wenn du ausschließlich so übergebeugt über einen längeren Zeitraum horizontal arbeitest. Zweitens, kannst du in dieser Haltung auch nicht optimale Zeichenergebnisse erzielen, da deine Zeichen- und Stifthaltungen dabei massiv eingeschränkt werden. Lockeres Zeichnen aus Ellenbogen und Schulter funktioniert zum Beispiel eher nicht und du fokussierst dich auch eher zu schnell auf die Details. Und drittens, wird deine Arbeit mit Live-Modellen oder auch nur mit Referenzen auf zum Beispiel einem Zweitmonitor ebenfalls stark behindert, aufgrund der zu starken Sichtachsenunterschiede. Ja, du musst ja immer von unten aufschauen und so erfährst du Proportionen schlechter bzw. die Wahrscheinlichkeit für Proportionsfehler steigt immens. Du kannst dir also merken, dass du digital gesehen eigentlich nur auf einer vertikalen bzw. zumindest leicht angewinkelten Arbeitsfläche zeichnen solltest. Okay, das Warum ist klar, aber welche Halterungen bzw. Ständer stehen dir denn nun eigentlich zur Verfügung? Nach gründlicher Recherche habe ich drei verschiedene und vielversprechende Gadgets in drei verschiedenen Preisklassen ausgewählt, die auch andere Künstler unter anderem empfohlen haben und diese habe ich für dich getestet. Die Links und weitere Empfehlungen zu meinem persönlichen Setup, welches ich am Ende des Videos vorstelle, findest du wie immer in der Beschreibung. Beginnen wir mit der günstigsten Variante. Wenn du nur ein wirklich kleines Taschengeldbudget besitzt, könnte der Amazon Basics Tabletständer der richtige für dein iPad sein. Die Vorteile sind, er ist klein und damit leicht zusätzlich zum iPad zu transportieren oder zu verstauen. Die Neigungsmechanik rastet über einfache Bedienung mittels Knöpfdruck ein. Dir stehen verschiedene Winkel zur Verfügung und das Gadget ist an sich auch sehr stabil. Und schließlich ist es eben auch sehr günstig. Das heißt, du musst nur wenige Euro investieren und es sieht auch relativ gut aus. Dem entgegen stehen jedoch einige nicht unerhebliche Nachteile. Zunächst einmal passt das iPad nur ohne Schutzcase in die Halterung. Das mag banal erscheinen, aber für mich wäre das schon ein No-Go, da ich mein iPad stets in einem Case aufbewahre und ich es dir auch nur raten kann bei einem so wertvollen Gerät. Wenn ich dann aber jedes Mal, wenn ich zeichnen möchte, auf dem iPad erst diese Schutzhülle entfernen müsste, was ja hier der Fall ist, das wäre mir deutlich zu umständlich. Hinzu kommt, obwohl der Ständer an sich stabil steht, sieht das mit dem iPad darin schon anders aus. Wenn du das iPad nicht mit einer Hand zusätzlich festhältst, kippt der Ständer leicht um. Und das selbst bei meinem kleineren 11-Zoll-Tablet. Außerdem ist der Ständer zumindest bei mir beim Test auch trotz Festhalten auf der Unterlage mit der Zeit verrutscht. Deshalb hier mein Fazit zu dem Amazon Basics Tablet Ständer bzw. generell zu solchen kleinen Ständern. Billig ist hier leider auch wirklich billig von der Qualität her. Das heißt, du kannst den Ständer durchaus nutzen, wenn du entfernt von deinem iPad darauf lesen möchtest, Filme schauen möchtest oder was auch immer. Eben wenn du dein iPad lediglich vertikal aufstellen möchtest. Ja, dafür sind diese kleinen Ständer sehr gut, aber sobald du wirklich aktiv daran arbeiten möchtest, wie eben bei uns, wenn wir daran zeichnen wollen, dann würde ich behaupten, sind diese kleinen Ständer nicht geeignet. Es sei denn, du bist wirklich eher nur ein Gelegenheitszeichner. Du machst es nicht so oft und vielleicht sind deine Zeichensessions auch nicht so lang, vielleicht eher nur eine halbe Stunde. Wenn du hier und da mal zeichnest, dann kann das natürlich auch genügen. Ja, und dann hast du halt wirklich mit einem sehr kleinen Budget schon sehr, sehr viel erreicht, bist du wesentlich ergonomischer unterwegs. Aber ja, sobald du eben langfristig zeichnen willst und längere Zeichensessions machen willst, dann würde ich eher behaupten, solltest du dich nach anderen Alternativen umschauen, wie eben zum Beispiel die folgenden. Wie es im Namen bereits ersichtlich wird, handelt es sich bei der Laptop-Pad-Halterung von AGP-Tech um einen Ständer in der günstigen bis mittleren Preisklasse, der nicht nur für iPad, sondern auch für größere Geräte wie eben Laptops und Leuchttische ausgelegt ist. Daraus ergeben sich folgende Vorteile. Du kannst den Ständer vielseitig für mehrere Zwecke nutzen. Zum Zeichnen mit dem iPad, als Halterung für einen Laptop als zweites Display, zur Neigung von Leuchttischen oder auch einfach als Halterung eines Zeichenbrettes für das traditionelle Zeichnen. Und für mich das Besondere, wenn du eine zusätzliche Schutzhülle für dein iPad verwendest, kannst du diese nicht nur aufgezogen lassen, da der Ablagerahmen breit genug ist, sondern, wenn diese mit Anti-Rutsch-Eigenschaften ausgestattet ist, kannst du dein iPad auf dieser größeren Halterung auch erhöhter positionieren, ohne dass das iPad dabei nach unten rutscht bei entsprechender Neigung. Was so gut wie mit keiner anderen Halterung möglich ist, beziehungsweise nicht so, dass man weiterhin gut daran zeichnen könnte. Und das ist so entscheidend. Denn das iPad lediglich zu neigen, reicht in der Regel nicht aus für ein wirklich ergonomisches Zeichnen. Ja, ganz wichtig. Ähnlich wie beim Arbeiten am Monitor sollte nämlich auch deine Sichtlinie nicht zu weit vom oberen Rand des iPads entfernt sein. Ja, durch die standardmäßig kleine Konstruktion des Tablets kommst du aber nicht einmal ansatzweise heran. Da kannst du dir dann eigentlich nur mit zusätzlichen Mitteln helfen, wie eben mit einer solchen größeren Halterung oder einem höhenverstellbaren Tisch. Jedenfalls besitzt der Ständer 12 Neigungswinkelpositionen, die erst einmal etwas wackelig wirken, aber einmal eingestellt und bei Nutzung mit dem iPad wirklich stabil halten. Auch mit den Anti-Rutschnoppen auf und unter der Konstruktion hält wirklich alles gut an seinem Platz. Und man kann sich ganz auf das Zeichnen konzentrieren, ohne den Ständer zusätzlich mit einer Hand halten zu müssen, wie bei dem Gadget zuvor. Und die Mesh-Optik erlaubt zusätzlich auch eine gute Belüftung, gerade bei Laptops und iPads ohne bzw. mit perforierter Hülle. Wie du siehst, bekommst du hier wirklich viel für wenig Geld. Und eigentlich stehen dem auch nur zwei Nachteile entgegen. Die größere Konstruktion des Ständers macht diesen nämlich logischerweise auch etwas klobiger. Sprich, der Ständer nimmt mehr Platz weg und dieser ist dann zum mobilen Transportieren dann auch eher ungeeignet, auch wenn du ihn zusammenklappen kannst. Außerdem ist es eben nur ein Ständer und keine Hülle. Diese müsstest du dann für dein iPad gegebenenfalls separat erwerben. Wenn du aber mit dem Ständer ohnehin nur stationär an deinem Schreibtisch zeichnen möchtest, du vielleicht schon eine Schutzhülle besitzt oder eine günstig erwerben kannst und optional, wenn du auch andere Dinge auf deinem Ständer ablegen können möchtest, wie eben zum Beispiel einen Laptop, dann ist das wirklich eine sehr gute und gleichzeitige günstige Option für dich. Bevor es weitergeht mit dem letzten iPad-Ständer, hier noch ein kurzer Hinweis zum Sponsor dieses Videos. Die S. Art School. Meine Online-Schule für Kreative, die zeichnen und digitale Kunst lernen wollen. Denn dieses Video ist ein Bonus zu den Inhalten aus dem Kurs Zeichnen lernen mit der S-Methode Teil 2 Sehen lernen, worin du unter anderem noch mehr Tipps zum Einrichten deines Arbeitsplatzes als digitaler und traditioneller Zeichner erhältst und wo du gleichzeitig lernst, auf diesen proportionsrichtige Zeichnungen zu erstellen. Mehr Infos zum Kurs findest du in der Beschreibung. Und jetzt erst einmal weiterhin viel Spaß mit dem Video. In der teuersten Variante für einen einzelnen iPad-Ständer habe ich mich beim Test für die iPad-Schutzhülle Muse von Zugu entschieden, oder Zugu. Denn diese vereint mehrere Vorteile. In allererster Linie handelt es sich hierbei eben nämlich nicht nur um einen iPad-Ständer, sondern um eine Schutzhülle und Ständer in einem, was Mobilität und Schutz gleichzeitig gewährleistet und damit den höheren Preis meiner Meinung nach mehr als rechtfertigt. Man muss keine Hülle extra kaufen oder abnehmen und man hat auch nichts zusätzlich zu verstauen. Das iPad hat hier dann wirklich alles für dich zu bieten. Einfach zuklappen und fertig. Das Besondere, viele Schutzhüllen besitzen mittlerweile eine Funktion zum Aufstellen bzw. Neigen des iPads. Ja, aber diese hier ist die einzige Hülle, die ich gefunden habe, die derart viele, nämlich acht, stabile und vor allem zum Zeichnen geeignete Neigungsfunktionen bietet. Die meisten sind nämlich entweder viel zu steil oder viel zu flach. Was auf den ersten Blick vielleicht etwas wackelig wirken mag, ist tatsächlich stabil verarbeitetes Material mit starken Magneten, die beim Zeichnen des iPad wirklich gut in der Neigung und am Platz halten. Auch hier kannst du dich beim Zeichnen voll darauf konzentrieren, ohne die Hülle zusätzlich halten zu müssen. Der größte Nachteil der Hülle besteht für mich jedoch auch hier wieder darin, dass du nur die Neigung und nicht auch die Höhe einstellen kannst, sodass du auch hiermit nicht die optimale Ergonomie beim Zeichnen erzielst. Wenn du aber einen höhenverstellbaren Tisch oder eine andere erhöhte Auflage besitzt, kannst du aber auch diesen Nachteil leicht beseitigen. Was mich persönlich an der Hülle stört, aber Gewöhnungssache sein kann, ist, dass das Fach bzw. die Tasche für den Apple Pencil auf der Rückseite angebracht ist und dass beim Einschub der Pencil die Form des Cases verändert. Und man dieses dann nicht mehr flach auf dieser Seite auflegen kann. Man hat dann immer so eine kleine Ausbuchtung. Klar, man kann den Pencil auch auf die magnetische Auflage klippen, die hat es auch, aber das wäre mir hier tatsächlich unterwegs auf jeden Fall zu unsicher und das macht einfach meine derzeitige Hülle besser. Außerdem ist dies auch eine Hülle, die in Kombination mit einem extra Ständer, wie jetzt bei Test 2, herunterrutscht, leider. Wenn du jedoch noch keine Hülle besitzt und mit der fehlenden Höhenverstellung, was ja bei den meisten Varianten der Fall ist, zurechtkommst bzw. eine Möglichkeit hast, dein iPad zu erhöhen, wie eben über eine Tischerhöhung, dann kann das durchaus die perfekte Lösung für dich sein. Soweit zu den einzelnen Empfehlungen für iPad-Halterung bzw. Ständer zum Zeichnen. Jetzt zum Schluss möchte ich dir noch mein ganz persönliches Arbeitsplatz-Setup vorstellen, ja, so wie ich meinen Arbeitsplatz eingerichtet habe, um daran am iPad zu zeichnen. Denn mein Setup sieht noch mal etwas anders aus bzw. geht noch mal etwas mehr in die Tiefe als die bisherigen Setups. Dabei stelle ich dir jedoch bewusst erst jetzt dieses komplexere Setup von mir vor, da es einfach für die meisten, also wirklich die meisten Anwender, egal ob Hobbykünstler, selbst einige Profikünstler-Spatten Overkill wäre. Ja, denn ich bin Profizeichner, aber eben auch nicht nur das. Ja, ich führe ein Online-Business, betreibe Videoschnitt und einiges anderes und habe deswegen ganz andere Anforderungen als jetzt der Autonormalverbraucher oder eben Hobbyzeichner bzw. Profizeichner, der auch nur diese Tätigkeit durchführt. Wenn du jedoch Profizeichner werden möchtest oder einfach wirklich maximal in deinen Arbeitsplatz für beste Ergonomie investieren möchtest, dann kannst du dich natürlich trotzdem gern davon jetzt inspirieren lassen. Prinzipiell habe ich meinen Arbeitsplatz zunächst für das digitale Arbeiten und Zeichnen am Rechner in 2D und 3D ausgelegt. Das heißt, ich nutze primär eher Tastatur und Stift-Tablet mit zwei Monitoren daran. Aber ich kann ihn auch schnell für das iPad umrüsten und das vor allem eben auch in der Höhe. Denn ich habe mir kürzlich eine Tischerhöhung von ErgoMaker mit zwei Ebenen besorgt, die ich manuell beliebig in der Höhe verstellen kann. Für einen kompletten elektronischen Schreibtisch war leider kein Platz. Aber dennoch bin ich wirklich überglücklich mit diesem Gadget. Denn allein dadurch kann ich mein iPad in Kombination mit einer Schutzhülle nicht nur angelehnt an der zweiten Ebene erhöhen und ideal neigen, sondern ich kann daran eben auch im Sitzen, im Stehen und neuerdings mit Laufband sogar auch im Gehen für maximale Ergonomie arbeiten. Egal ob am Rechner, iPad oder Laptop. Zur Schutzhülle sei noch gesagt, ich arbeite auch sehr viel unterwegs in Bahnen und bei meiner Dozentur zum Beispiel mit dem iPad. Weshalb eine solche Schutzhülle für mich wirklich unerlässlich ist. Als Schutz und zumindest zur Neigungsverstellung. Meine eigene Hülle war wirklich ein guter Kauf. Sie hat eine tolle Position für das Stiftfach und hält nun bereits auch über drei Jahre solide. Leider ist das Modell aber in dieser Ausführung nicht mehr erhältlich. Also du kannst es leider nicht nachkaufen, wenn du das möchtest. Deshalb und weil bei der zuvor vorgestellten Schutzhülle von Sugu aber bessere Neigungen als bei meinem Modell möglich sind, würde ich dir heute dieses empfehlen, beziehungsweise wenn ich nochmal eine Hülle neu kaufen müsste, würde ich mir diese auch selbst kaufen. Noch ist mein Upgrade hier meines Arbeitsplatzes als Zeichner noch nicht ganz abgeschlossen. Ich habe noch so eine alte Kiste hier, so einen alten iMac, der dringend eine Aufrüstung benötigt, wo auch bald ein neuer Rechner ankommt und dann wahrscheinlich auch ein oder zwei neue Monitore. Ja, das kommt also auf jeden Fall noch hinzu. Wenn du magst, kann ich auch gern dazu mal ein Video machen, wie das dann wirklich alles eingerichtet ist. Schreib es mir in die Kommentare, wenn es dich interessiert. Ja, aber allein, was ich sagen will, allein dieses Upgrade jetzt hier mit dieser Tischerhöhung und dergleichen, das hat wirklich so viel dazu beigetragen, dass ich mich besser fühle beim Zeichnen und auch einfach besser zeichnen kann. Beim Zeichnen logischerweise, wenn mir die Zeichenhaltungen im vertikalen Zeichnen dann auch leichter fallen. Das also ein kleiner Einblick zu meinem persönlichen Arbeitsplatz. Ja, und das war es dann auch schon mit dem Testbericht zu den iPad-Ständern und Halterungen, sowie zu meinem persönlichen Bericht. Ich hoffe, dass du damit nun auch leichter eine Entscheidung treffen kannst, wie du deinen eigenen Arbeitsplatz zum digitalen Zeichnen ergonomischer einrichtest und da eben speziell auf das iPad bezogen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir bitte ein Like und auch gern ein Abo da, damit du auch von zukünftigen Updates profitieren kannst. Und wenn du nun mehr zur optimalen Einrichtung deines Arbeitsplatzes erfahren und generell digital und traditionell zeichnen lernen möchtest, dann schau dir unbedingt einmal meine Kursreihe Zeichnen lernen mit der S-Methode an. Das kann eine gute Hilfe für dich sein, weil es nämlich genau all diese Themen abdeckt. Mehr Infos findest du auch hier, ebenfalls wieder in der Beschreibung. Und nun wünsche ich dir wie immer viel Spaß beim und vor allen Dingen aber auch gesundes Zeichnen. Also, bleib kreativ und bis bald!